Jeder XXXLutz hat eine eigene Heimtextilienabteilung. Das ist die Abteilung, in der ich mich persönlich sehr wohl fühle. Denn hier haben wir einen sehr guten Zusammenhalt und helfen einander auch gerne einmal aus. Es gibt ständig was zu tun. Für mich persönlich vergeht der Tag wie im Flug. Ein ganz besonderes Highlight für mich ist, wenn ich auch mal etwas dekorieren darf. Da kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Gut gefällt mir die regelmäßige Arbeitszeit, nach der ich mein Privatleben richten kann. Klar starte ich am Anfang des Monats bei Null und sollte am Ende des Monats meine Ziele erreichen. Aber wo ist das nicht so? Übrigens gilt es, die Abteilung auch optisch immer schön zu präsentieren, dass der Kunde sich angesprochen fühlt. Genau hierbei achte ich persönlich sehr gerne aufs Detail.